Mein Freund Helmut ist Lehrer und der hat in seiner Klasse gefragt, wer von euch ist Deutscher? Und es haben sich alle gemeldet bis auf Ali und der hat gesagt, nein, ich bin Türke. Und dann hat der Lehrer da gesagt, der Helmut, du Ali, du bist in Deutschland geboren, du sprichst perfekt Deutsch, du gehst auf eine deutsche Schule, also du bist Deutscher. Und Ali geht nach Hause und sagt zu seinem Papa, du, ich bin jetzt Deutscher. Und dann kriegt er vom Vater eine Reinkaut und dann sagt Ali, siehst du, kaum bist du Deutscher, hast du schon Probleme mit Türken.